hallo meine freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen ghostfrequant breakpoint tutorial wenn ihr wie ich ganz oder teilweise ohne hat spielt vor allem ohne fadenkreuz das ist das entscheidende hier habt ihr das problem dass ihr mit dem raketenwerfer nicht wirklich genau zielen könnt denn dort können wir nicht anvisieren denn mit der rechten maustaste packt ihr das einfach wieder weg um dennoch richtig zu treffen schnappt ihr euch eine waffe mit einem kleinen visier hier zum beispiel so ein kleines reflex visier beziehungsweise rotpunkt visier oder ich glaube die pistole geht auch am besten kein visier mit einer großen vergrößerung denn dort kann es zu abweichungen kommen aber wie gesagt ein kleines visier und dann zielt ihr auf den punkt auf den ihr schießen wollt packt dann den raketenwerfer aus und gibt ihm das war es dann auch schon ich hoffe ich konnte euch ein bisschen helfen bis zum nächsten mal meine freunde ich freue mich auf euch wir sehen uns bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal